Und ihr habt es wahrscheinlich eben schon gesehen, hier oben lag noch was. Äh, Surf Dads. Ja, das ist auch eine ganz, ganz schöne Geschichte. Also für diese CD habe ich gar nichts gezahlt, aber ich finde es ganz schön, dass ich sie mitgenommen habe, letztendlich, also geschenkt bekommen habe. Das war zu Marlins Geburtstag. Hatte sie überhaupt Geburtstag? Ich weiß gar nicht. Sie war auf jeden Fall da in Weimar. Und da haben die live gespielt und sie hat sich ein T-Shirt von denen gekauft und alle sollten darauf unterschreiben. Das war richtig schön cringy und richtig schön witzig. Und auf jeden Fall haben sie und ich jeweils so eine CD geschenkt bekommen, für gute Leistung. Und seitdem höre ich die doch schon regelmäßig. Machen so Rockmusik, Rock'n'Roll, eher neuerer Natur, aber schön zum Mitsingen. Ganz, ganz toll ist das.